Sie möchten rund um die Uhr in Geschichten versinken, auch wenn Sie gerade mal nicht lesen können? Beim Joggen zum Beispiel? Kein Problem! Entdecken Sie die Hörbuchfunktion in der Tolino-App und lassen Sie sich Ihre Lieblingsgeschichten einfach vorlesen. Wie schnell oder langsam Ihnen Ihre Lieblingsbücher vorgelesen werden, bestimmen Sie dabei ganz alleine. Sie möchten eine Geschichte passend zu Ihrem Lauftempo etwas schneller hören? Tippen Sie auf das Symbol unten rechts in der Hörbuchanzeige, um den Playback-Speed individuell einzustellen. Sie sind nach einem langen Arbeitstag zu müde zum Lesen? Machen Sie es sich mit einem Hörbuch im Bett gemütlich. Der Night-Mode der Tolino-App sorgt dabei für extra Komfort. Um ihn zu aktivieren, tippen Sie auf das Sonnensymbol oben rechts in der Kapitelübersicht Ihres Hörbuchs und anschließend auf Night-Mode. Über den Regler können Sie zusätzlich die Helligkeit des Displaylichts einstellen. Besonders praktisch? Dank der Sleeptimer-Funktion stoppt das Hörbuch nach einer bestimmten Zeit automatisch. So verpassen Sie kein Kapitel, wenn Sie beim Hören des Hörbuchs einschlafen. Tippen Sie zum Einstellen des Sleeptimers einfach auf das Uhr-Symbol unten links und wählen Sie die Zeit aus, nach der das Hörbuch automatisch stoppen soll. Und jetzt genießen Sie den Hörbuch-Komfort in der Tolino-App und entspannen Sie zu Ihren Lieblingsgeschichten. ps-Komfort in der Tolino-App Musik 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 Musik